Brutale Attacke in Bayern Zwei Männer prügeln 30 Minuten lang auf Obdachlosen ein Die brutale Gewalttat ereignete sich in der Nacht zum Sonntag in der bayerischen Stadt Nürnberg Die Täter, 20 und 21 Jahre alt, sollen den Obdachlosen über einen längeren Zeitraum angegriffen haben, bevor Passanten die Polizei alarmierten Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie den schwer verletzten Mann vor Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo er medizinisch versorgt wurde Die beiden mutmaßlichen Täter konnten noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer Es ist erschreckend, dass Menschen zu solch brutalen Taten fähig sind, insbesondere gegenüber hilflosen und wehrlosen Personen wie Obdachlosen Die Gesellschaft muss zusammenstehen, um solche Gewalttaten zu verurteilen und Opfern zu helfen Ständige Geräte Vielen Dank.